Man erkennt das Pferd nicht. Ich erkenne das Pferd auch nicht mehr. Also irgendwo da ist das Pferd. Also da ist der Himmel. Hm, man erkennt irgendwie nichts. Also, ich stehe hier im Dunkeln ohne mich herum. Und, äh ja, Pferd hat Müsli gekriegt. Eigentlich wollten wir ja ein bisschen laufen lassen oder so. Da sieht man, glaube ich, was. Nein, sieht man auch nicht. Schade, schade. Wir laufen jetzt mal zur Straße, zu einer Straßenlaterne. Dann haben wir heute auch was gemacht, weil wegen... Oh, aufpassen, dass ich nicht gegen den Baum laufe. Weil, laufen lassen, kann ich ja knicken. Ich glaube, wir rennen jetzt einfach mal ein kleines Stückchen Straße hoch. Dies Jahr wenigstens beleuchten. Da sieht man schon Straßenlaterne und ich höre ein Auto. Ein Auto. Okay. Wir haben jetzt keine Leuchtsachen an und so. Deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, dass weder mein Pferd noch ich hier ein bisschen umgefahren werden. Und dieses Pferd aber immer noch nicht. Und wir gehen jetzt direkt unter die Straßenlaterne. Gleich sieht man dann das Pferd. Man hört das Pferd, aber ich glaube, man sieht es immer noch nicht. Aber man sieht die Straßenlaterne. Ich könnte mal Fotos mit Flitzen noch nicht sehen. auf das Angebstehen.